Ich krowe, wie wir. Ich krowe, wie wir wieder. Ich krowe, wie wir wieder. Lorenz, komm, ne? Du sollst krowe, wie wir schlägen. Ne, du hast drei, komm, ne? Moin, da, ich dauere eine neue Runde. Ja, Pezen, du hast eine Tweet, was du, ey? Moin, Christa Pöksen, du, okay? Hallo, Ulla, mein Schäfchen. Zentralmarkt schon zu? Hi, Lars, warum geht dir mehr, Leone? Göttschalotte, in Miane, waren wir im Bild von der Elf der Morgen. Tag, Jens, fertig mit Melken? Ja, Holsteiner, Herr Leng wird fair. Krowe, wie wir es um. Der Krog an der Wiedau. Lorenz, wir müssen ein Leuchtturmprojekt starten. Ja, wieso das denn? Und was ist ein Leuchtturmprojekt? Was das ist, weiß ich auch nicht wirklich. Ich höre und lese das nur immer. Also, ich find Eeltörne toll. Da sind Leute so schön grott. Nein, Ulla, ich suche Eeltörne. Eeltörn-Projekte sind grotte Projekte. Was wird ein Sittur schönstern? Und es wieder bringen? Also, zum Beispiel, wir sind grotte Jürgen, aber Bogenglässet, was sie tunne, uns für eine Leige. Nein, noch größer. Wie so mit Nü-Tacho, der Zentralmarkt? Nein, noch viel größer, noch innovativer. In Wanderer tun gerne Masken in 3D. Erregt für uns Projekte. Nein, auch das nicht. Wie wird es da, wenn wir hier im Süd von der Kroch an Eeltörn herstellen? Jös, dann krone wir die Kräufe und volle Bäder Finne. Das ist gut. Das meinte ich mit Leuchtturmprojekt. Prost. 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 Luanz, Maui's Musiker. Prost. Untertitelung des ZDF für funk, 2017